Hi, herzlich willkommen zu einem Video von mir. Ja, ich befinde mich gerade mitten im Technolabor. Ich habe sehr, sehr lange Uni momentan. Die anfänglichen Szenen, die sind wie du hier, die kommen von gestern. Gestern hatte ich wirklich von 8.15 Uhr bis 20 Uhr Uni. Und dann wirklich durchgehend. Also okay, mal eine Mittagspause, mal so 10 Minuten inzwischen die Vorlesung, aber jetzt nicht viele Freistunden oder so. Ich hatte wirklich, wirklich eine Uni. Ja, heute sah es ein bisschen besser aus. Wir haben 17.30 Uhr und ich bin schon seit einer Stunde zu Hause. Im Normalfall habe ich ja vormittags meine Vorlesung. Das waren gestern Pharmakologie und klinische Pharmazie. In Pharmakologie geht es jetzt um Bluthochdruck und Blut. Wie nennt man das denn? Was ist denn das Gegenteil von Bluthochdruck? Also Hypotonie und Hypertonie? Blutniedrigdruck. Hä? Wie heißt das denn? Da muss ich doch ein deutsches Wort geben. Es ging auf jeden Fall um Hypertonie und Hypotonie und allgemein eben um Erkrankung und Pharmakotherapie damit eben assoziiert. Denn gestern in klinische Pharmazie haben wir das Thema Niere abgeschlossen, glaube ich zumindest. Also wir hatten am Ende halt so ein paar Beispiele aus der Forschung, so ein paar aktuelle Ergebnisse, sag ich mal. Also wir hatten von Anfang an der Vorlesung Patientenfall mit Blutwerten, mit so ein paar Vorerkrankungen, die eben bekannt waren oder aus den Medikamentenplänen kann man sich ja auch so ein paar Erkrankungen herleiten oder zumindest tendenziell in welche Richtung es eben geht. Da haben wir jetzt nochmal mit so ein paar Nierenparameter auseinandergesetzt, GFR und sowas. Wir sind tatsächlich einfach so ein bisschen auf die Medikamente eingegangen in Bezug auch auf die Niereninsuffizienz, die eben der Patient, die Patientin hatte. Und das waren jetzt so die ersten Vorlesungseinheiten in klinischer Pharmazie. Fand ich eigentlich ganz cool. Also ich glaube, ich mag das Fach. Ansonsten habe ich jetzt diese Woche das Technologielabor zu halbfesten Arzneifahren. Da sind wir immer in Gruppen eingeteilt. Also wir sind jetzt zehn Leute und dann sind wir nochmal je nach Versuch so ein bisschen in Kleingruppen geteilt oder wir arbeiten eben alleine. Kommt eben immer so ein bisschen drauf an, was wir machen. Gestern haben wir auf jeden Fall Jele hergestellt und haben Emotionen so ein bisschen getestet. Auf die Phasenlage, auf die Menge von Öl und Wasser und sollen dann natürlich dazu entsprechend unsere Ergebnisse in einem Protokoll zusammenfassen. Und heute hatten wir dann die Plausibilitätsprüfung. Ja, man muss einfach so prüfen, wenn man ein Rezept in der Apotheke bekommt, ob man das so herstellen kann. Und in der Uni wird das natürlich relativ schwer gemacht mit irgendwelchen Inkompatibilitäten, die man vielleicht jetzt nicht auf Anhieb erkennt, sondern wo man einfach noch so ein bisschen recherchieren muss. Das kann zum Beispiel sein, dass irgendwie die Wirkstoffe nicht zueinander passen, weil der eine zum Beispiel anionisch vorliegt, andere kationisch. Oder es kann auch zur Wechselwirkung mit Emulgatoren kommen, die zum Beispiel auch in der Grundlage enthalten sein können. Also muss man auch so ein bisschen durchchecken und eben auch gucken, ob zum Beispiel die Konzentrationen passen. Bei meinem Rezept war es zum Beispiel so, dass einfach die Einheiten gefehlt haben. Bei sowas müsste man natürlich auch nochmal Rücksprache mit dem Arzt halten. Soll ein Gran reingetan werden oder ein Prozent oder wie auch immer. Auf jeden Fall hat das schon einige Zeit in Anspruch genommen, weil wir auch direkt schon unsere Herstellungsanweisungen geschrieben haben und die Herstellungsprotokolle vorbereitet haben, die wir dann quasi morgen vervollständigen, während wir unseren Präparat dann herstellen. Ich habe da so ein paar Sachen auch noch bei mir überarbeitet und habe eben so überlegt, wie man diese Creme sinnvoll herstellen kann. Ich hoffe, das passt auch so, wie ich es recherchiert habe. Und wir werden das auch morgen einmal mit einem Rührsystem machen und dann einmal manuell rühren und eben so vergleichen, was so besser funktioniert und was die Unterschiede sind. Ja, ich muss jetzt aber auf jeden Fall noch ein bisschen an meiner Plausibilitätsprüfung bzw. eher am Herstellungsprotokoll und an der Anweisung weiterarbeiten, weil das schon eine verdammte Arbeit ist. Also ich habe mir sagen lassen, dass das in der Apotheke wohl nicht ganz so aufwendig ist im Normalfall. Aber ja, wir müssen ja auf alle möglichen Situationen vorbereitet werden. Ich will jetzt erstmal noch ein bisschen was, wie gesagt, für die Uni machen, aber dann werde ich auch endlich wieder ein bisschen Freizeit heute Abend haben, weil ich mich jetzt nicht wirklich auf krass viel mehr vorbereiten muss. Es ist ja quasi alles schon geschrieben für morgen. Ich weiß ja, was ich machen muss. Hi, guten Morgen. Ich habe heute tatsächlich mal ausgeschlafen. Naja, zumindest habe ich ein bisschen länger geschlafen ansonsten. Ähm, und gehe jetzt erst zum Labor um elf. Ich habe das nämlich vorverlegt auf elf Uhr und ich hatte jetzt nicht so Lust zur Chemievorlesung zu gehen und dann auch eine Stunde um die zu chillen, dann ins Labor zu gehen. Also, ja, habe ich ein bisschen länger geschlafen. Auf jeden Fall habe ich gestern noch ein bisschen gebastelt. Ich habe nämlich dieses Armband hier gemacht und das habe ich gestern nicht nur verschlossen, weil das echt super lange gedauert hat mit diesen Blümchen da dran. Ja. Und dann habe ich noch so einen Anhänger gemacht, also Schlüssel- oder Taschenanhänger oder wie auch immer. Also, finde ich auf jeden Fall sehr, sehr süß. Und die beiden Sachen habe ich für meine Freundin gemacht, die jetzt nämlich wegzieht. Und wir sehen uns heute das letzte Mal. Also, wir sind jetzt zum Kino verabredet und deswegen dachte ich, mache ich so ein kleines Abschiedsgeschenk. Ja, ich bin auch sehr froh, dass ich das noch geschafft habe, neben Uni und allem anderen, was ich noch so zu tun hatte. Aber zum Glück ist diese Woche jetzt nicht so vorbereitungsintensiv wie letzte Woche, weil da musste ich ja wirklich jeden Abend noch mal lernen und mich auf den nächsten Tag vorbereiten, damit ich das Antestat halt so mitverfolgen kann und halt auch Sachen beitragen kann, weil es halt wirklich auch ein komplett neues Thema war letzte Woche. Ich gucke jetzt gleich erst mal über mein Video drüber, was heute Abend online kommen soll. Und ich bearbeite auch noch das Anzeigebild, nämlich das alles eingestellt habe. Eigentlich wollte ich heute früh auch noch Karteikarten schreiben und all das, was man vielleicht mal machen sollte. Aber naja, Schlaf war dann doch ein bisschen besser irgendwie. Im Labor angekommen habe ich dann meine Creme hergestellt und zwar zweimal. Einmal ganz normal in der Fanta, schade, das sah dann so aus. Und dann sollten wir noch mal die gleiche Creme in einem, in Anführungszeichen, automatischen Rührsystem herstellen. Meine Gruppe musste es mit diesem Gerät hier machen. Man hat dann einfach die ganzen Bestandteile in einen Mischbeutel eingebogen und das dann einfach mehrmals gewalzt, sodass man eine homogene Wurst erhält. Und das wird dann eben direkt im Mischbeutel in der Tube gegeben. Oh mein Gott, Labor hat wirklich so lange gedauert. Also es ist jetzt 17.30 Uhr und wir sind seit um elf im Labor. Wir haben keine Mittagspause gemacht. Ich weiß nicht, meinen Wirkstoff ließ sich halt nicht ganz so gut einarbeiten bzw. der Einhaltsstoff. Und dann hat das alles ein bisschen länger gedauert mit der Creme. Und jetzt weiß ich halt ehrlich gesagt auch nicht so ganz, ob die Creme richtig hergestellt ist und so. Also ich meine, sie sieht schon ganz gut aus, relativ homogen und so, aber man weiß ja letztendlich trotzdem nicht. Ich habe den pH-Wert gemessen bzw. eingestellt. Das hat an sich alles gepasst und so. Also ja, es kann halt gut sein, dass irgendein Fehler, ein richtig, richtig dummer Fehler im Protokoll ist. Also irgendwie eine Einlage falsch aufgeschrieben oder so. Das muss ja, das reicht ja schon. Und man fällt durch und muss das alles nochmal machen. Ich habe gehört, die Leute, die das letzte Woche gemacht haben, da sind 50% durchgefallen oder so. Also die müssen das halt nochmal herstellen. So, okay, es ist ja wichtig, dass man das kann. Aber ja, ich weiß auch nicht so ganz. Ich habe keine Lust, das nochmal zu machen. Also ich meine, so schlimm war es jetzt auch nicht. Eigentlich finde ich es ja cool, so Rezepturen und so herzustellen. Aber irgendwie, es hat so lange gedauert. Ne. Dann haben wir das ja einmal mit der Fanta-Schale aufhergestellt und einmal mit dem Rührsystem. Und wir hatten ein sehr interessantes hohes System, was halt nicht wirklich ein System ist, wo halt irgendwie, keine Ahnung, so ein Arm rührt oder so, sondern wo wir das alles in eine Plastiktüte reingemacht haben und das dann so gewalzt wurde, sag ich mal. Und in dieser Plastiktüte halt quasi alles dann so homogen verteilt wurde. Ist an sich tatsächlich bei mir ganz gut gelaufen, bei den anderen so semi gut. Also ich hatte halt eine relativ flüssige Creme und dann ging das halt eigentlich. Ich bin auf jeden Fall schon super, super spät dran, weil eigentlich in zehn Minuten der Kinofilm beginnt, zu dem ich mit meiner Freundin gehen möchte. Aber stattdessen sitze ich hier mit meinem Handy und rede. Ja, ich sollte dringend losfahren, damit ich noch halbwegs pünktlich komme. Also ja, wir sehen uns später. Ich hab mir Essen geholt. Ist ja nicht so, als hätte ich heute schon super viel für Popcorn und für den Film allein ausgegeben. Nein, ich gönne mir jetzt auch noch eine Bowl. Ja, ich melde mich mal wieder. Gestern war ein sehr vorlesungsintensiver Tag mal wieder, wie jeden Donnerstag. Ich habe aber die Möglichkeit genutzt, online zuzuhören. Also ich hatte pharmazeutische Biologie online und pharmazeutisch-medizinische Chemie, wobei ich während pharmazeutisch-medizinische Chemie eine halbe Stunde geschlafen habe. Dann bin ich in die Uni gegangen und war dann bei der Vorlesung zur pharmazeutischer Technologie und nachmittags eben im Labor, wo wir so ein paar Qualitätsuntersuchungen gemacht haben zu unseren hergestellten Cremes, aber auch zu den Gelen, die wir am ersten Tag hergestellt haben und zu der Emulsion, zu den Suspensionen. Da hatte jede Gruppe so ein bisschen ihre eigene Aufgabe. Und dann habe ich mich gestern und heute Vormittag noch ein bisschen auf heute vorbereitet, denn heute müssen wir nicht mehr ins Labor, sondern haben noch so eine Abschlussbesprechung, wo auch noch mal so ein paar Themen abgefragt werden, ob wir das so halbwegs verstanden haben. Ja, heute früh habe ich mir noch online die Technologievorlesung angehört und nach dieser Vorbesprechung heute Nachmittag ist endlich ein Wochenende. Ich freue mich sehr, vor allem auch, weil die nächsten zwei Wochen kein Labor sein wird für meine Gruppe. Zum jetzigen Zeitpunkt freue ich mich, aber in ein paar Wochen werde ich mich nicht mehr so darüber freuen, weil dann alle anderen Gruppen schon fertig sein werden mit dem Labor. Nur meine Gruppe noch im Labor rumsteht nachmittags. Vor allem in der Weihnachtszeit hätte ich mir vielleicht schon so eine freie Woche mal erwünscht, aber ist okay. Jetzt habe ich eben zwei freie Wochen hintereinander, wo ich nur meine Vorlesung habe. Das nimmt aber jetzt natürlich auch ein bisschen Stress für das Protokoll für diese Woche raus und ich kann mich allgemein einfach so ein bisschen langsam mal auf die nächsten Wochen vorbereiten, aber habe jetzt einfach nicht diesen Stress. Ich gehe jetzt auf jeden Fall in die Mensa und dann zu meinem Seminar oder Laborkolloquium oder wie auch immer man das nennen will. Dann hoffe ich mal, das geht schnell vorbei, damit ich auch schnell wieder hier zu Hause bin. Ich muss nämlich noch ein paar Sachen vorbereiten, weil ich heute Abend ein Meeting habe und da eigentlich einen Quiz vorbereiten wollte. Das habe ich auch gestern gemacht, aber ich bin noch nicht so ganz zufrieden und muss noch mal so die Technik kontrollieren, ob das alles so aufgeht. Ja und dann sehen wir uns auf jeden Fall später wieder. Hi, heute ist Samstag und ja, gestern ist auf jeden Fall nicht mehr so viel passiert, außer dass ich mich nachmittags noch ein bisschen aufs Sofa gechillt habe und an dem Quiz gearbeitet habe, was ich dann abends auf der Veranstaltung, auf der Online-Veranstaltung gespielt habe. War auf jeden Fall sehr cool und ist auch gut angekommen. Heute fahre ich auf jeden Fall endlich mal wieder zu meinen Eltern nach Thüringen. Ich war schon ziemlich lange nicht da, weil auch Uni und so und jetzt ist halt gerade eine ganz gute Möglichkeit, wenn man kein Labor hat und dann bleibe ich auch ein bisschen länger als jetzt nur übers Wochenende, weil die Fahrt schon immer relativ weit ist und für ein Wochenende nach Hause zu fahren, lohnt sich halt eher nicht so. Also ja, verbringe ich jetzt ein paar schöne Tage in der Heimat und werde natürlich nebenbei auch immer mal ein bisschen was für die Uni machen und die Veranstaltung, die ich online besuchen kann, auch online mir anschauen. Ja, das war auf jeden Fall mein Video. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder bei meinem nächsten Video. Bis dahin, tschüss und bis bald! Bis dahin, tschüss und bis bald! Bis bald!